Max ist aktiv in seinem Heimatort. Im Sportverein, bei der Feuerwehr und er unternimmt viel mit seinen Kindern. Max will, dass die anderen das sehen. Er meldet sich bei Stadtzeitung.de an und stellt als Lesereporter seine Artikel und Schnappschüsse ein. Seine schönsten Beiträge werden sogar in der Stadtzeitung abgedruckt. Mach mit, werde auch du Lesereporter für die Stadtzeitung. Schnappschüsse